Kapitän? Manchmal bekomme ich dieses seltsame Gefühl. Alles scheint so sorglos, fast normal zu sein. Hey Kapitän, wollen Sie mal kasten? Nein, danke Franz, vielleicht später. Sie wissen nicht, was Ihnen entgeht. Die Leute reden, lachen oder arbeiten. Wie auf einer Straße in Berlin. Einer sehr kleinen und miefigen Straße in Berlin. Herr Kapitän, Lust auf ein Spiel? Ein Spiel. Wenn das alles hier nur ein Spiel wäre, dann wäre es wohl das sonderbarste Spiel überhaupt. Alarm! Wir stehen unter Beschwunst! Bereit, Waffen zu tauchen! Alle Mann auf Station! Los, los! Jeder auf seine Position! Bewegung! Längen uns runter! 30 Meter! Sofort! Jawohl! 30 Meter tief! Lufen sind dicht! Horen sind frei! Oh nein, das alles hier ist nicht nur ein Spiel. Steuermann, bring uns tiefer! Nach so viel Tapferkeit, Erfolg und Ruhm noch tiefer! Nach so viel Angst, so vielen Tränen. Nach allem, was wir erreicht haben. Tiefer verdammt! Soll es das jetzt gewesen sein? Das Ende? Jetzt! Hier! Zur Hölle! Nein!